Das ehemalige Grand Plage am Kampener Strand erfährt in diesen Tagen eine Verjüngungskur. Der bisherige Wirt wollte sich neuen Aufgaben zuwenden und hatte zum Beginn des Jahres wie geplant aufgehört. Momentan wird umgebaut, die Strandsauna bleibt geschlossen, dieser Teil des Gebäudes wird zukünftig als Lounge gastronomisch genutzt werden. Mit neuem Flair und Konzept startet das beliebte Strandrestaurant unter neuer Leitung im März in die neue Saison.